So Leute und Moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video und es bleibt weiterhin spannend. Ich habe mal wieder einige News für euch rausgesucht. An erster Stelle aber erstmal herzlichen Dank für alle, die mir per PayPal eine kleine Spende geschickt haben. Das könnt ihr machen, der Link ist unterhalb des Videos in der Infobox. Und jetzt legen wir direkt ohne Cut los an dieser Stelle. Es geht mal wieder um die Grünen. Und im Speziellen hier Robert Habeck, der mal wieder perfekt gezeigt hat, dass er keine Ahnung von irgendwas hat und bestimmt nicht von diesen Forderungen und Aussagen, die er so oft trifft bezüglich jetzt hier, nämlich ganz konkret dem Klimapaket, das am letzten Freitag beschlossen wurde. Und darin wurde unter anderem auch beschlossen, dass nämlich die Pendlerbauschale von 30 Cent pro Kilometer auf 35 Cent erhöht wird. Und für alle die, die das nicht kennen, die das nicht wissen, wenn man, das gilt allerdings erst ab dem 21. Kilometer, also das heißt, ich habe jetzt 21 Kilometer, um zur Arbeit zu fahren, kann ich diese 21 mal 0,3 Cent aus, 0,30 Cent ausrechnen. Und dies bekomme ich nicht irgendwie, wie Herr Habeck nämlich auch glaubt, als Geld wieder oder sonst was, sondern ich habe die Möglichkeit, das Ganze wird, mein, mein, wie soll man sagen, dieser Betrag wird halt weniger versteuert. Das mindert quasi meinen monatlichen Gewinn oder sonst was. Ich bin kein Steuerberater, aber so in der Art kann man das ausdrücken. Und dementsprechend, Herr Habeck hat par excellence gezeigt, dass er mal wieder nur Parolen raushauen kann, dass er von Tuten und Blasen, ehrlich gesagt, keinerlei Ahnung hat. Ehrlich gesagt empfinde ich ihn sogar so realitätsfern, weil er in seiner Politikblase einfach ist, mit seinem exorbitanten schönen Gehalt, dass er durch die Politik durch uns bekommt und von so etwas einfach noch nie eine Ahnung gehabt hat, weil er so etwas noch nie machen musste. Weil, wenn man seinen Lebtag oder er hat, also sein Beruf ist ja eigentlich Kinderbuchautor. Möchte ich nur nochmal festhalten in dieser Stelle hier. Hat er nämlich zusammen mit seiner Frau ein Kinderbuch oder auch das ein oder andere Kinderbuch geschrieben. Ehrenwärter Beruf ist auch nicht schlecht, aber ansonstlich wirtschaftliche oder sonstige großartige Kompetenz kann man ihm meines Erachtens wirklich nicht zusprechen. Also, lange Einleitung. Es geht darum, er hat sich in einem ARD-Interview-Bericht aus Berlin dazu geäußert, wie schlimm es doch wäre, dass dieses Klimapaket die Pendlerbeschale auf jeden Fall beinhaltet und dass die nämlich von 30 Cent auf 35 Cent angerechnet erhöht worden wäre oder wird. So, und da hat man einfach gemerkt, wie gerade schon erwähnt, dass er es gar nicht versteht, dieses ganze System, eben wie das alles funktioniert, aber Hauptsache mal einfach voll drauf. Zitat. Ich werde ihn nämlich jetzt ein bisschen wiedergeben. Also, Bahnfahren hat sich ungefähr geäußert, das ist jetzt noch kein Zitat, Zitat kommt gleich, ungefähr geäußert. Bahnfahren müsste attraktiver werden. Da stimme ich ihm erstmal zu. Autofahren unattraktiver. Stelle ich gerne die Frage, Herr Habeck, wenn Sie das sehen sollten, warum? Warum muss etwas anderes unattraktiver werden, wenn man zu doof ist, um das Bahnfahren attraktiver zu gestalten? Das ist eine Frechheit. Das ist einfach nur eine Frechheit und eine Gängelung. Typische Verbotspartei. Was anderes stellt die grüne Partei für mich nicht dar. Aus diesem Grund dürfen die Pendlerpauschale nicht stärker steigen als der Benzinpreis. Und das ist nämlich das, was ich ja auch gesagt hatte. 2021 wird der Benzinpreis um circa 3 Cent erhöht werden, auch der Dieselpreis. Und er glaubt nämlich, wenn man 5 Cent pro Kilometer, pro gefahrenem Kilometer zur Arbeit, 5 Cent mehr bekommt in der Pendlerpauschale, das ist doch 2 Cent mehr wäre, einfache Rechnung, als diese 3 Cent, die man pro Kilometer, pro Liter Sprit beim Auto bezahlt. Erstmal haut das schon mal hinten und vorne in der Rechnung nicht hin, weil nicht jedes Auto verbraucht einen Liter oder sonst was. Also diese Rechnung geht schon mal nicht auf. Da fehlt einfach der gemeinsame Nenner meiner Meinung nach. Und zweitens, dennoch viel, viel größeren Punkt, den ich ja anfangs angesprochen habe, die 5 Cent höhere Pendlerpauschale heißt ja nicht 5 Cent mehr Gehalt oder Gewinn, sondern 5 Prozent weniger zu versteuern. Das war es, was ich vorhin nicht richtig formulieren konnte. Ich muss 5 Cent einfach weniger versteuern. Das heißt, ach Leute, ohne Scheiß. Also, nee, weiterhin. Daraufhin hat der Moderator von der ARD ihm nämlich erklärt, dass die Pendlerpauschale auch für die Bahn gilt. Ja, das ist richtig. Ihr habt richtig gehört. Wer das nicht weiß, wenn man mit der Bahn zur Arbeit fährt, kann man nämlich diese Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer oder auch mit dem Fahrrad nämlich genauso geltend machen. Und was hat das dann mit einer Bevormundung oder Bevorteilung, so ist es richtig gesagt, des Autos zu tun? Richtig, Herr Habeck. Nichts und wieder nichts. Aber wenn man von tuten Blasen keine Ahnung hat, wie Dieter nur sagen würde, einfach mal Fresse halten. Weiterhin, sein Zitat jetzt kommt, da hat er nämlich richtig rumgedruckst, weil er keine Ahnung mehr hatte, wie er reagieren sollte, weil er das wirklich nicht wusste. Das hat man ihm angemerkt am Blick, an der Wortwahl. Er war einfach perplex. Und ohne das zu verurteilen, das ist nicht schlimm. Wenn man was nicht weiß, ist das nicht schlimm. Ich weiß, was Gott, nee, alles, keine Frage. Aber ich setze mich auch nicht hierhin und sage, ich kann das alles beantworten, ich habe für alles eine Lösung, ich weiß das alles ganz genau und so weiter. Ich bin ein Mensch wie jeder andere. Er ist auch nur ein Mensch. Das sind wir alle. Aber ich kann nicht hingehen und eine Forderung stellen, wenn sie inhaltlich schwachsinnig und falsch ist. Das verurteile ich aufs Schärfste. Nee, Zitat. Ja, aber nicht, dann ist es ja nur die Erstellung des Bahntickets. Und die, oder wie wird die dann, das weiß ich gar nicht. Aber die entscheidende Frage ist, ob man dann mit dem Auto einen Anreiz hat zu fahren. Und das, glaube ich, wird durch diesen Mechanismus vorgegeben. Also inhaltlich absoluter Nonsens, diese Aussage. Einfach nur, Hauptsache mal schnell wieder irgendwas gesagt. Aber wir haben das bei diesem Interview, bei dieser Talkshow, bei Dunja Hayali, vor zwei Monaten, anderthalb Monaten, wird das jetzt auch schon wieder her sein, auch gemerkt, was er kann. Er kann als der nette Politiker, der nette Nachbar von nebenan rüberkommen. Hemd aufgeknöpft, keine Krawatte, Ärmel hochgekrempelt saß er da im Dunja Hayali-Talkshow-Interview. Und Parolen raushauen, so die allgemeinen Floskeln. Strom wird ja hier in den Leitungen gespeichert, Kobolde in Autos sind nicht gut oder in den Akkus. Und so einen ganzen Bullshit, den seine Parteikollegen ja auch zahlreich und häufig äußern. Aber wenn es dann wirklich mal, noch nicht mal richtig in die Tiefe geht, sondern man nur an der Oberfläche ein bisschen kratzt, merkt man einfach direkt, da ist keine Substanz. Da ist kein wirkliches Wissen vorhanden. Und das ist es wirklich ganz, ganz schlimm. Ich finde es einfach nur grausam. Aber schreibt eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Ja, von dann noch eine weitere traurige Nachricht an der Stelle, muss man natürlich dazu sagen. Ein Unfall in Reisdorf ist stattgefunden. Das ist in Thüringen. Und das ist ein 79-jähriger Fahrer gewesen. Der ist mit einem VW Tiguan über den Bürgersteig gefahren und in eine Garage in so eine kleine Hauswand da quasi rein und hat dabei zwei Menschen getötet. Oder tödlich verletzt. Ich weiß nicht, wie die juristisch richtige Aussage hier genau ist. Aber darum geht es gar nicht. Weil jetzt hat jetzt hier zum Beispiel der Generalanzeiger in Bonn nämlich getitelt, 79-Jähriger fährt mit SUV über Bürgersteig. Zwei Tote. Und hier ist so dieses SUV wieder im Vordergrund. Man versucht ja den SUV gerade für uns sehr, sehr unattraktiv zu machen. Und ich habe bewusst gerade gesagt, dass es ein VW Tiguan war. Denn Dr. Z, Grüße und Dank geht raus, der hat mich nämlich auf etwas ganz Interessantes hingewiesen. Wir müssen erst mal darüber sprechen, was ist überhaupt ein SUV? Habt ihr eine Ahnung, was ein SUV überhaupt ist? Wir gehen hier dazu einfach mal kurz bei der Wikipedia rein, ziehen uns die Definition von SUV rein. Sport Utility Vehicle. Abgekürzte oder Abkürzung SUV. Auch als Geländelimousine oder Städte Geländewagen bezeichnet. Sind Personenkraftwagen mit erhöhter Bodenfreiheit und einer selbsttragenden Karosserie, die an das Erscheinungsbild von Geländewagen angelehnt sind. Okay. Also, hätte man es irgendwie gedacht. Was glaubt ihr denn? Sind zum Beispiel, was können wir denn mal aufzählen? Audi, Audi Q3, Q5, Q7, Q8 oder BMW, X3, X4, X5, X6, Mercedes kann man jetzt viel aufzählen, VW Tiguan, Porsche Macan und so weiter. Sind das SUVs laut dem Kofferbundesamt? Also die Behörde in Deutschland, die festlegt, was das alles mit den Autos und den Gesetzen dazu auf sich hat. Schreibt das jetzt mal gerne in die Kommentare. Sind die Autos, die ich gerade, Mercedes GL zum Beispiel noch, Jaguar E-Pace oder F-Pace, aufgeführt habe, sind das SUVs? Ich gebe euch mal eine Sekunde. Denn ihr seht das nämlich schon. Ich klicke mal hier schon auf den Download-Link. Hier haben wir nämlich die Seite, ich bin hier wirklich drauf, kbr.de. Das ist die offizielle Seite vom Kraftfahrtbundesamt. Und hier gibt es einen Bestand an Personenkraftwagen nach Segmenten und Modellreihen am 1. Januar 2019 gegenüber 2018. Ich habe diese Datei so eben runtergeladen und die öffnen wir jetzt. Und jetzt kommt ein ganz interessantes Bild raus, womit ich auch so nicht gerechnet habe, als der Dr. Z mir diese Sache zugeschickt hat. Es kann doch nie sein, dass das kein Mensch weiß, dass, ja, das Ergebnis sehen wir jetzt gleich. Also hier nochmal die Seite. So, gehen wir auf die zweite Seite, machen wir das Ganze ein bisschen größer, können wir besser lesen. Also wir haben hier zum Beispiel das Segment von Mini-Fahrzeugen. Austin Mini, Chevrolet Matisse, so kleinere Fahrzeuge, Kleinwagen, so ein BMW i3, Audi A2, Audi A1, sowas vorhanden. Kompaktklasse, BMW 1er, BMW 2er. Dann haben wir hier die Mittelklasse-Fahrzeuge, BMW 3er, BMW 4er kennt man daraus. Obere Mittelklasse, haben wir zum Beispiel hier ein 5er BMW, was ich ja jetzt aktuell auch dann ab nächsten Monat fahre, Opel Omega und so weiter. Dann haben wir hier eine Oberklasse, klar, Audi A8 und so weiter. So, und dann haben wir hier SUVs. Was haben wir denn für SUVs? Audi Q2. Wo sind denn hier die anderen Audis? Audi BMW X1, X2, X4. Okay, aber wo ist denn die X3, X5, X6? Sind das keine SUVs? Ach so, das ist ja ganz interessant. Schaut euch das mal an. Ein Audi Q3, Q5, Q7, Q8, X3, X4, X5, X6 sind Geländewagen. Was definitiv etwas anderes ist, weil hier oben, hier drüber haben wir die Fahrzeugbestand für SUVs. Ich weiß, dieses Ganze, diese Bezeichnung, da kann man sich jetzt drüber streiten und alles, aber ich weiß das noch nicht so richtig einzuordnen und zu bewerten, dass das KBA diese Fahrzeuge, zum Beispiel auch in der Mercedes G-Klasse, gar nicht als SUV einstuft, einkategorisiert. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn das KBA Meldungen rausgibt und bezieht sich auf irgendwelche SUVs oder Ähnliches, sind beispielsweise diese Fahrzeuge, die jetzt hier alle gelistet sind, auch so zum Beispiel zu der VW Tiguan, der gerade genannt wurde, gar keine SUVs. Das sind Geländewagen. Darüber müssen wir echt mal ein bisschen drüber nachdenken und drüber sprechen. Und ich möchte das mit diesem Video natürlich auch ein bisschen publik machen und bekannter machen. Dann machen wir hier an der Stelle nochmal zwei kleinere Nachrichten, die aber nicht weniger wichtig sind als die anderen. So, als erstes hier hat Daimler einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro und es wird ein ganz starkes, komplettes Einspar- oder überhaupt Spar- Ja, wie soll man sagen? Die Führungskräfte sollen einfach wirklich Sinn dazu angehalten, wirklich möglichst überall Geld zu sparen und wenig auszugeben. Und des Weiteren soll auch die weitere Entwicklung des Verbrennungsmotors vorerst stoppen. Und das ist eine Sache. Leute, wir haben so saubere Diesel wie noch nie zuvor. Und genau das Gleiche gilt auch für Benzinerfahrzeuge. Und dass man jetzt hier einfach so einen harten Cut machen möchte, das ist natürlich unserer Politik und so weiter auch irgendwo geschuldet. Oder was heißt irgendwo? Ganz massiv geschuldet. Und das ist einfach der falsche Weg, wenn man da jetzt sagt, zack, Haken hinter. Thema erledigt, gucken wir uns jetzt etwas anderes an. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, weil wenn wir uns auf der Welt umschauen, Deutschland ist nicht der größte Markt für Autos. Da ist China zum Beispiel sehr groß und auch andere Länder, USA zum Beispiel und so weiter. Und dann sollte man doch nicht hingehen, wenn diese Länder gar nicht so stark daran interessiert sind, einfach nur E-Autos zu haben, so eine komplette Verbrennerentwicklung einfach zu stoppen. Denn wenn dieser Trend E-Auto und alternative Antriebe sich nicht weiter so entwickelt, wie er es aktuell macht oder auch einfach parallel dazu Leute immer noch weiterhin auf den Verbrennungsmotor setzen, dann ist das meines Erachtens nach nicht der richtige Weg, da einen Cut zu machen und die Entwicklung natürlich zu stoppen. Last but not least habe ich ein sehr schönes Interview hier von Wolfgang Kubicki von der FDP gelesen und ein einziges Zitat will ich eigentlich aus diesem Interview mit rausnehmen und damit das Video beenden. Dass wir nur noch über Klimaschutz reden, halte ich für gefährlich. Und das ist eigentlich so die Kernaussage, die es auch in meinen Videos immer Versuche rüberzubringen und er hat das sehr gut in einem Satz dargestellt. Denn wir konzentrieren uns aktuell irgendwie, ich natürlich auch in den Videos, weil die meisten Nachrichten, die da rumgehen oder auch die Themen in unserer Bevölkerung einfach los sind, um Klimaschutz handeln. Aber keiner kümmert sich mehr um Unternehmen so wie zum Beispiel Daimler, dass es denen dadurch sehr schlecht geht. Ich reiße das immer wieder mal hier und da in eine kleinere Nachricht mit an. Aber im Fokus liegt alles aktuell auf Klima. Das ist gut, das ist schön, aber das ist zu viel. Und wenn man wichtige andere Aspekte in diesem Land außer Acht lässt, hat das keinen Sinn. Denn mittelfristig, kurz bis mittelfristig, bin ich überzeugt von, wird uns das wirklich reinreißen. So zum Beispiel, weil Continental schon ein Werk schließt, weil Male Stellen abbaut, weil andere Zulieferer Stellen abbauen, weil andere Zulieferer hingehen und sagen, wir machen nur noch eine 35-Stunden-Woche statt 40-Stunden-Woche, in der Hoffnung, dass wir damit keine Mitarbeiter entlassen müssen. BMW möchte 6.000 Stellen abbauen. Das muss man sich mal überlegen. Was heißt möchte? Muss. BMW muss diese 6.000 Stellen abbauen, damit sie nicht kaputt gehen. Und das kann alles nicht der richtige Weg und der Sinn sein. Dementsprechend, Freunde, es bleibt weiter entspannt. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.